Mr. Mike Mr. Mike Yo, hier ist Mr. Mike Bevor es los geht, möchte ich nochmal Werbung machen für die Lou Williams 2, die habe ich wieder mal in diesem Spiel gerockt. Unglaublich mega geiler Schuh, ich feiere ihn ohne Ende. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. 110 Euro mit dem Rabattcode Mr. Mike bekommt ihr 10% auf alles im gesamten Store. Checkt unbedingt aus. Die Peak-Produkte mit diesem Tai Chi System. Alter mega, mega geil. Kann ich echt absolut nur empfehlen. Ich habe es jetzt ausgiebig getestet und ich sage es euch Bombe, Alter. Und jetzt viel Spaß mit dem Game. Yo, hier ist Mr. Mike. Heute nochmal ein 1 gegen 1 gegen Slum King. Bevor er nach Hause fährt, Wille verschwitzt, ins Auto einsteigt. Auf jeden Fall. Aber hey, alles gut. Schönstes Wetter. Schon 26 Grad glaube ich. Also geschwitzt wird auch schon, wenn du hier stehst. Aber, ja. Die letzten Spiele schon gesehen. Wenn nicht, auschecken auf meinem Kanal und auf seinem Kanal. YouTube, TikTok, Instagram, Slum King. Genau. Überall am Start. Und wir spielen wieder bis 11 Punkte. Ohne Rebounds. Das ist ein bisschen different. Und make it take it. 3 oder 2 Punkte. Innerhalb von 3 oder 1 Punkt. Genau. Genau. Los geht's. Dann fangen wir gleich an. Bitte mach jetzt ins Schmuck. Das ist schon nicht tot. Nee, nee. Werb nochmal. Oh. Okay. So, ich mach auch nochmal ganz gut. Die Einwurzeln. Nee. Halt. 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 Also, let's go, Leute. Oh, ich mach das. Oh, ich mach das. Oh, ich mach das. Oh, ich mach das. Boah, stark. Ich dachte, ich lass dich mal werfen. Finde ich gut. Ja, finde ich gut. Finde ich nochmal werfen. Okay. Oh, ich mach das. Oh, ich mach das. Oh, ich mach das. Oh, Kondition. Du hast vielleicht noch Kondition. Ja, jetzt muss ich den da rangehen. Scheiße. Oh, schau. Er hat mich gut gecrossed, Leute. Er ist so schnell. Scheiße. Schön. 7-0. Nein, nö. Gott sei Dank, ey. Nicht normal, ey. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank, ey. Nicht normal, ey. Echt eine andere Seite, ey. Schön. Keine Chance grad. Stark, ey. Dann müssen wir direkt eine Rewatch machen, also so. Kann ich den Stream auf Kalt verwenden. Sehr schön. Der hat mich komplett kalt gemacht. Sehr schön. Noch mal eins, hauen wir's direkt raus. Ich wehrt drum. Okay, ist auf jeden Fall angenehmer. Der Ball ist angenehmer. Ja. Ja. Findest du? Findest du? Findest du? Hinterlieg beim Busschen ein bisschen schöner in der Hand. Ist ein bisschen smoke, oder? Bisschen leichter, irgendwie. Kommt davor. Ja, schon. Ja, der Ball ist gut. Wie der Dreier, das ist total gut. Schön. Das ist krass, ey. Wappen wir mal. Schaut kurz auf den Fuß. Wenn der Fuß ist vorne, dann geh ich den auf die Seite. Okay, ja. Ich bin nicht auf die andere Seite. Gott sei Dank, ey. For real. Ah, come on, man. Der Stepback muss rein. Gestern hat er alles getroffen. Ja. Gestern jeden Stepback. Jeden. Ja, Mann. Okay. Boah, schön. Stark hier. Da kommst du ran. Ja, Timur. Ja, klar. Muss auch mal. Braucht ein Bild. Ich seh kein Landgrad. Oh. Krass. War das. Wie kaputt. Wie kaputt. Uh. Steht's kalt? 3. Schau. Schau, war gut verteidigt. Ja, schon. War echt gut verteidigt. Das stimmt. Schöner Wurf. Ah, Mann, ey. Der Mr. Mike-Trick funktioniert nicht bei ihm. Oh, shit. Boah, stark. 3-2, oder? Ja. Keine gute Quote jetzt. 3-2. Schieß halt ein. Yes! Den brauch ich. Nicht gut. Komm gut, aber nicht gut. Pfff. Da muss das rein. Ich hoffe, dass wir das nicht sehen werden. Nee, ich hoffe, dass wir das nicht sehen werden. Nee. Du hast noch 5-2. Du hast einen Kurs. Ja. Du hast einen Kurs. Nee. Du hast einen Kurs. Du hast einen Kurs-2. Ah! Ah! Hey, das kann immer nicht wahr sein. Glück für mich. Ach, Müll. 3 oder 4? Ich glaube 5-3. Ich hab 5. Das war ein Dreier. Das war ein 3-3. 4. 4. 4. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 4. Kurz, Mann. Scheiße. 6-4. Ja. 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 Nice. Ja. 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 Das ist es. Ja. Komm schon, Mann. Komm zurück. Das war ein schönes Spiel, heute habe ich ein bisschen mehr Glück gehabt, dass er seine Quote nicht erfüllt hat, ansonsten schon schwer zu verteidigen, sein Stepback vor allem. Ja, aber es sind halt so Tage, man trifft es, man trifft es nicht, du weißt es selber, habe ich auch oft genug, daher, keine Ahnung, es macht immer mehr Spaß, wenn man trifft, ihr wisst es ja, wenn man gewinnt, aber naja, es ist Basketball, verlieren, gewinnen, gehört alles dazu, wenn ich verlieren kann, der kann auch nicht gewinnen, finde ich, kennt viel zu Kandidaten und selbst gewinnen sollte dir irgendwie ein bisschen Spaß geben oder zumindest Motivation für die nächsten Angriffe, versteht ihr, für das nächste Game, das ist Basketball, das ist wie Leben, das ist das Schöne daran. Das stimmt. Danke dir. Danke auch. Tschüss. What's up? Mr. Mind Mr. Mind Yo, 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 Mr. Mind